Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. Die F-Dur Fantasia von Bach gespielt von Irene Greulich auf der wunderbaren Barock-Orge der Naumburger Wenzelkirche. Mit 53 Registern und drei Manualen ist sie das größte und sicherlich auch schönste Instrument des Silbermann-Schülers Zacharias Hildebrandt.